einen wunderschönen guten morgen mittag oder haben freut mich dass ihr wieder da seid wir gehen rein wie sie die feasting fox feasting fox ist das richtig ausgesprochen keine ahnung eigentlich drei spiele unter 100 x zu kaufen ich weiß nicht wir gehen rein mal gucken auf 1 euro 20 kosten die 72 euro ok wir gehen rein wir lassen uns überraschen ich habe keine ahnung was mich jetzt erwartet erster eindruck ganz viel maga quark auf einmal wir haben fuchs guck des wald ok bleibt er jetzt stehen wie es bin ok ok wir haben mehrere füchse big win animation hat es dort auch 22 euro ok gesamt gewinn 24 ist ja jetzt heute schon wieder ab die miss zau ok ok ganz dahinten müll ganz dahinten müll wird schwer vielleicht mal so den zweiten fuchs rein ja das war es das war es 25 euro potenzial nicht erkannt potenzial definitiv nicht erkannt wir gehen direkt noch mal rein ich werden wir es jetzt sehen mit vier scatter gleich mehr freie spiele vielleicht aber auch nicht ja wir haben mehr freie spiele ok fünf mehr spiele vielleicht auch fünf mit der spitz wer weiß gut ganz dahinten ich weiß nicht so ganz okay hier wird mir einiges klar wieso der unter 100 x kostet es wird mir einiges klar selbst mit vier scatter symbole gehen wir hier die werden die werden noch schlechter als eben die freie spiele die werden noch schlechter sonst keinem erzählen einmal und nie wieder also hier fiesting fox absolutes trecks game also wir hier freiwillig noch mal reingeht nach dem video dem kann aber auch nicht mehr helfen dem kann man nicht mehr helfen jawohl 15 freie spiele nochmal wolf also ein alibi wolf jetzt wahrscheinlich 20 euro gönnt passt auf 20 euro könnte er sage ich mal 20 euro meine prognose ist auch kein multi da ist halt gar nichts geld und es ist ja wohl der gönnt nicht mal 20 euro jawohl also das ist wirklich ein slot den braucht man einfach nicht so kann ich sagen habe ich gekauft nur wir gehen 1 hier ist mir auch dass wir wünscht ein rätsel wie man hier point even schaffen soll wenigstens point even ist mir ein rätsel wie das hier machbar sein soll wer da wenigstens multi mit dem spiel wenn der fuchs kommt oder ich hoffe ich brauche so wirklich voll mit fuchs mit du plus muss damit du wirklich plus was brauchst du hier folgen fuchs jetzt noch mal den zweiten fuchs reinkommen schon zweiter fuchs auf walze 1 oder 3 ja ok er hört auf mich jetzt auf walze 3 oder 4 weiße 3 oder 4 wie soll es sein 48 euro ok ich glaube das premium symbol er ist wieder absolute gülle nummer 42 ist auf jeden fall schon mal mit abstand der beste bonus aber ist trotzdem noch minus an den quatsch wir haben wie viel haben wir bezahlt 90 euro glaube ich 96 diese leichte plus jawohl mehr füchse mehr füchse kaum schon ok zwei füchse noch mal auf einmal warum schon jetzt noch weiter 1 und auf walze 3 ein fuchs bitte da wird er sogar echt gut der kann nicht der könnte ist rein theoretisch trotzdem ein deadspin machen ok potenzial vorhanden mal auf max weiß nicht was macht wenn es mehr potenzial auf dem guten auf dem richtig guten ist wenn jetzt noch auf 1 3 und auf walze 5 noch ein fuchs kommt komm schon wie du messer connected nicht mal durch wie wo war der hann auf walze 3 wenigstens 226 euro ja was soll ich dazu sagen das war mit abstand der beste bonus bei den ich wahrscheinlich jemals in dieses dort haben werde wirklich noch mal eins höher aber ich sage euch ehrlich ich habe schon das bedürfnis oben rechts auf das x zu drücken das gefällt mir nicht ist absolut langweilig wirklich absolut langweilig und ja aber es werde ich trotzdem hochladen ich werde euch trotzdem diese diesen müll hier hochladen aber ich sage euch ehrlich ich war eh kurz am ich war im zwiespalten soll ich noch weiter bonus bei es machen am heute mit der mit dem gut haben oder so ich woanders drauf gehen und ich würde mal so sagen wir sind glaube ich definitiv auf dem guten weg wenigstens bei den 2000 euro zu bleiben wir sind auf dem guten weg jetzt kommen noch mal weil sie zwei oder auch weil sie vier noch mal den nächsten fuchs komm 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 wie es bin komm schon komm 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 jetzt bin kann wir haben das feld von hinten leer das feld von hinten leer ja ok 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 wir wollen das feld von hinten leer habe ich doch gesagt hier jeder kollege der 56 euro nur ist alles durch konnektet das bodenlos wieder ob jeder hand connected auch also der muss doch mal wenigstens erst mal 50 ist auch einfach sein nicht mal 50 ist aber 84 euro wir gehen wieder mit einem ja ok das war es sagt bloß es wird mein lieblings dort sagt es wird mein lieblings dort in zukunft ja wir gehen noch mal eins für so ein bisschen minus machen ich glaube dass eine gute taktik bei der ist 3 euro kostet der 180 ja komm let's go ich bin heute im risky modus eigentlich würde ich schon längst heraus geben aber die letzten zwei bonus bei sie waren sie waren die waren okay ich sag es immer wieder sein ist bloß besser als ein großes minus mit fangen direkt mit drei füchsen an kollege hat jetzt dort wird richtig warm ich glaube jetzt dort wird richtig warm kaum schon mach weiter im nächsten film mit dem fuchs kommt schon kommen das schaffst du komm 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 erst 50 euro fuchs auf drei oder vier fuchs auf drei oder vier fuchs auf drei ok ok noch noch mal 76 ok gut trotzdem gut im ersten spin schon mal fast break-even gerne weiter so nicht mit den deadspins ich meinte mit den füchsen ok ich muss ehrlich sagen ich habe mich zu früh über über den slot aufgeregt der slot ist doch ganz vernünftig ist ok das wird definitiv nicht mein lieblings dort werden klar aber ist ok er erinnert mich tatsächlich ein bisschen an hotline also von dem wenn der fuchs kommt dass er so hoch geht 180 wir sind wir mal ein kleines minus 180 hat 150 haben wir ja wir sind ein kleines minus ich würde sagen wir machen nur ein auf 2 euro wie gesagt wichtigste war eigentlich über 2k zu bleiben wir haben nur ins dort gesehen und wer ich sag ich sag jetzt einfach wir machen jetzt noch ein gutes plus und dann ja dann so alles fein erster fuchs ist da wie es bin schade ich habe echt gedacht er macht jetzt noch mal ein fuchs der fuchs session noch mal 1 2 3 füchse mehr ok ich glaube ja der wird jetzt wieder ein saftiges minus weiter 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 ich bin weiter weiter mit den füchsen komm schon ich bin weiter weiter mit den füchsen aber das muss man erstmal schaffen nö 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 ok auf jeden fall schon mal ein kleiner hit ja 30 euro 30 euro war mit wie wird er gekostet 120 die misser hätte wie kannst du da ein deadspin herbeizogen schade ja ok kleines plus im gesamten besser als ein großes minus ja ok ist dort war trotzdem müll ich bedanke mich trotzdem viel zu sehen hinterlassungen kostenloses abon da oben bis zum nächsten mal auf wiedersehen heute ciao 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 ciao